Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GWriters Video Tutorial. GWriters ist eine akademische Agentur, die sich auf Korrektorate, Lektorate, die Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten und auf das Coaching bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten spezialisiert hat. Heute geht es um das Thema Medizin. Das Studium der Medizin ist ein sehr anspruchsvolles Thema. Diejenigen, die sich für ein Medizinstudium entscheiden, wissen, es kommen hier sehr, sehr hohe Hürden auf einen zu, sowohl fachlicher Art, auch menschlicher Art. Die Belastungen, die in einem Medizinstudium vorherrschen, sind sehr, sehr hoch. Wir werden das nachher gleich noch vertiefen. Aber auch die Berufschancen, die sich aus einem Medizinstudium ergeben, sind groß. Ob das nun die Tätigkeit in Form einer Selbstständigkeit in einer Arztpraxis ist, als angestellter Arzt in einer Arztpraxis oder auch in einem Klinikum oder in der Forschung ist, es gibt vielfältige Arten und Möglichkeiten, als Mediziner tätig zu sein, mit guten Verdienstmöglichkeiten und auch mit entsprechenden Aufstiegsmöglichkeiten. Umso wichtiger ist es, der Forschung, der Wissenschaft und der Lehre gerade in der Medizin eine hohe Bedeutung zu schenken. So wird nicht nur im Studium der wissenschaftlichen Forschung eine hohe Bedeutung geschenkt, sondern auch im Berufsleben bestehen Ansprüche an wissenschaftliche Arbeiten, an wissenschaftliche Texte, die zu formulieren und zu veröffentlichen sind. Das gilt natürlich umso mehr, je stärker Sie noch in der wissenschaftlichen Forschung oder sogar an einer Universität in Ihrem späteren Berufsleben tätig sind. Hier können medizinische Ghostwriter unterstützen. Medizinische Ghostwriter, die sich tief mit dem Thema auskennen, auch die Spezialisierungsrichtung durchlaufen haben, die Sie in Ihren Texten, in Ihren Arbeiten suchen, selber in der Regel ausgebildete Ärzte sind und als Ärzte tätig sind, können hier Ihr Fach-Know-how einbringen. Warum kann das interessant sein? Das kann deswegen interessant sein, weil es für Sie als angehender Mediziner oder vielleicht auch schon als fertiger Arzt gilt, dieses Spannungsfeld zusammenzubringen. Dieses Spannungsfeld einerseits aus beruflicher Tätigkeit, einer hohen zeitlichen Beanspruchung, die Sie erfahren, andererseits aber auch die Notwendigkeit, vielleicht später einmal einen Titel zu präsentieren und sich mit entsprechenden Veröffentlichungen in der Wissenschaft einen Namen zu machen. Und um diesen Spagat geht es hier und diesen Spagat können akademische Ghostwriter Ihnen helfen zu gehen. Das kann auf vielen Aufgabengebieten sein. Wie gesagt, das können Papers in Journals sein, das können Präsentationen sein, das können auch Hausarbeiten während des Studiums sein oder das kann natürlich auch später dann die Dissertation sein. Denn gerade die Dissertation hat im medizinischen Bereich immer noch eine große Bedeutung. Auch wenn es heutzutage immer mehr Ärzte ohne den berühmten Doktortitel gibt und der Doktortitel sicherlich nicht immer Maß für die Qualität einer Behandlung ist, ist er in vielen Fällen doch immer noch Eintrittskarte, wirkt imagebildend und ist im Hinblick auf den ökonomischen Erfolg Ihrer Tätigkeit als Arzt wichtig. Denn viele Patienten entscheiden sich dann doch eben lieber für einen Arzt, um es salopp zu formulieren, mit Doktortitel als einen Arzt ohne Doktortitel. Die Medizin, das wissen Sie, hat schon eine ganz, ganz lange Tradition, sucht ihre Gründe und ihre Entwicklung in der Antike, häufig auch mit Methoden, wo wir heutzutage sagen würden, die sind nicht mehr State of the Art und so kann man die moderne Medizin eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert wirklich verorten. Und das sind dann auch die Themen, mit denen sich unsere, mit denen sich die akademischen Ghostwriter beschäftigen. Sie sind in Ihren Fachgebieten, in Ihrem Themengebiet beim State of the Art angelangt, sowohl durch Ihre Tätigkeit in der Forschung, in der Lehre oder auch durch die praktische Tätigkeit. Und Sie haben eben selber auch das Medizinstudium durchlaufen. Und ich hatte es anfangs schon gesagt, dieses Medizinstudium ist durchaus herausfordernd. Es dauert mindestens sechs Jahre und drei Monate und ist in mehrere Stufen unterteilt. Die ersten zwei Jahre, das sogenannte Vorklinikum, wo Sie Grundlagen vermittelt bekommen über eigentlich alle wichtigen Themengebiete in der Medizin. Dann das dritte Jahr, das sogenannte Klinikum, ein Praxisjahr, in der Regel an der Klinik absolviert. Auch in den ersten zwei Jahren finden schon entsprechende Praxiseinsätze statt. Anschließend dann das in Anführungszeichen echte Praxisjahr, das auf diesem dritten Klinikum aufbaut. Und dann ganz zum Schluss der Abschluss des Studiums mit dem zweiten Staatsexamen. Ein sehr, sehr anspruchsvoller, zeitlich auch eng getakteter Durchlauf, der, wie ich es anfangs schon gesagt hatte, sowohl inhaltlich, fachlich, aber auch was die soziale Belastbarkeit der Probanden angeht, hier hohe Maßstäbe und hohe Anforderungen stellt. Und umso sinnvoller kann es sein, gerade auch im Hinblick auf eine spätere Berufstätigkeit, im Hinblick auf den ökonomischen Erfolg, den Sie erzielen können, sich Unterstützung zu holen. Unterstützung zu holen bei einem wissenschaftlichen, bei einem medizinischen Ghostwriter. Und diese Unterstützung kann, wie gesagt, in vielfältiger Art und Weise stattfinden. Kann aber auch ein Begleiten sein, ein Coaching sein bei der Erstellung von Arbeiten, kann ein Lektorat sein oder kann auch mal nur in Anführungszeichen eine Forschung sein, beispielsweise nach Quellen, nach neuen Themengebieten oder im Rahmen der Erstellung von Exposés. Sie sehen also, die Möglichkeiten, die Offerten, die Ihnen medizinische Ghostwriter hier bieten können, sind ganz, ganz vielfältiger Art und Weise und können immer ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein, um diesen bereits angesprochenen, in der Regel zeitlichen Spagat zwischen zeitlichem Einsatz im Studium, später dann zeitlicher Einsatz in der Berufstätigkeit und Notwendigkeit der wissenschaftlichen Forschung auf der anderen Seite zu schließen. In diesem Sinne bieten wir von GWriters Ihnen gerne Möglichkeiten an, Sie hier zu unterstützen. Machen Ihnen gerne ein ganz individuelles Angebot, in welcher Breite dies sein kann, habe ich gerade aufgezeigt. Und jetzt gilt es für Sie, genau diese individuellen Leistungen im Bereich Medizin zu präsentieren und Ihnen zur Verfügung zu stellen. Von daher scheuen Sie sich nicht hier ein Angebot von GWriters einzuholen. Ich an dieser Stelle wünsche Ihnen bei der Erstellung Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich Medizin, bei Ihren Forschungen und bei Ihrem Studium viel Glück und viel Erfolg.